Der neue Logistik-Hub, den BLG Logistics für Engelbert Strauss in Schlüchtern betreibt, ist hochkomplex und vollautomatisiert. Für den Hersteller von professioneller Arbeitskleidung werden hier bis zu 30.000 Pakete am Tag verschickt, die sich über insgesamt 13 Kilometer Förderbänder bewegen. Dabei werden die Waren zu den Mitarbeitenden an den Arbeitsplatz transportiert und müssen nicht von ihnen geholt werden. Und die Leistung soll bald von 3.000 Paketen pro Stunde auf 4.000 gesteigert werden. BLG erfüllt alle Aufträge so effizient, dass die bestellte Ware meist schon am selben Tag verschickt werden kann. Logistik auf einem neuen Level. BLG Logistics.